Johannes Wurz ist bei uns. Johannes, morgen ist Spitzenreiter Hannover zu Gast. Dennoch müssen wir kurz über das vergangene Wochenende sprechen. Leistung und Verlauf waren jetzt nicht unbedingt erfreulich. Die Fans waren auch ein bisschen sauer und fordern eine Antwort von euch. Wollt ihr die morgen auf den Platz geben? Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auch jeden einzelnen Fan verstehen. Vor allem auch die, die mit nach Waldorf gefahren sind, war eine riesen Enttäuschung. Haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt, hat uns auch am meisten geärgert und deswegen wollen wir jetzt morgen die entsprechende Antwort geben. Hannover ist gut in die Saison gestartet und gilt auch als Top-Aufstiegs-Favorit. Worauf kommt es morgen besonders an? Ja, wir haben die Mannschaft analysiert. Die meisten Spieler kennt man ja auch. Bundesliga erfahrene Spieler drin. Dann andere, die letztes Jahr in der zweiten Liga richtig für Furore gesorgt haben. Und da gilt es einfach dagegen zu halten, unser System durchzuspielen und einfach alles rein zu hauen, die Fans mitzunehmen, eine gewisse Euphorie zu entfachen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir hier gewinnen können. Euer Wohnzimmer hat jetzt einen neuen Teppich bekommen. Morgen spielt ihr zum ersten Mal auf dem neuen Rasen. Kommt das eurem Spiel in besonderer Weise zugute? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren heute schon ein bisschen drauf beim Abschlusstraining. Macht richtig Spaß, ist echt ein Teppich. Und da wir auch von hinten rausspielen wollen und nicht jeden Ball langschlagen wollen, kommt das uns auf jeden Fall zugute. Du hattest jetzt in den drei Pflichtspielen Teileinsätze. Was tust du, damit du noch mehr Spielanteile bekommst? Ja, ich versuche einfach in jedem Training Gas zu geben, mich anzubieten. Auch bin jetzt auf verschiedenen Positionen reingekommen. Da muss man sich natürlich auch immer dran gewöhnen, muss im Kopf haben, wie die Laufwege sind. Ja, da will ich einfach immer weitermachen, immer was dazulernen und dann hoffe ich, dass ich auch Spiele von Beginn an machen kann. Du hast bei deiner Vorstellung gesagt, du möchtest am Ende der Saison gerne in deiner persönlichen Statistik Tore und Vorlagen stehen haben. Jetzt hast du aktuell zwei Vorlagen. Wie zufrieden bist du damit? Ja, zufrieden bin ich damit jetzt nicht. Also ich will Tore schießen, will Spiele gewinnen und das haben wir letztes Wochenende nicht geschafft. Deswegen kann man da auch nicht zufrieden sein, wenn man ein Tor verlegt, sondern wir wollen gewinnen und ich hoffe natürlich, dass wir morgen das umsetzen können und wenn da noch ein Tor dabei rausspringt, wäre es optimal. Du bist jetzt seit ein paar Wochen im Ruhrgebiet. Wie hast du dich bislang eingelebt? Sehr gut. Also in der Mannschaft sowieso, da findet man sich schnell ein und auch mit meiner Wohnung, das passt alles. Also von daher bin ich zufrieden. Wenn wir abschließend nochmal auf Freitag gucken, Flutlichtspiel, namhafter Gegner. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, sehr groß. Also wie ich schon gesagt habe, ich denke, es wird eine super Stimmung sein. Freitagabend gegen Hannover 96, ein super Gegner. Also ja, da freuen wir uns alle drauf, hoffen, dass da auch viel Unterstützung von den Fans kommt und dass wir da auch was vom letzten Wochenende wieder gut machen. Ja. 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 Ja.